Hey Leute, was geht ab? Ich treffe mich jetzt noch mit dem Danny für ein bisschen Parcours an der historischen Stadthalle und was da so geht, das seht ihr dann gleich. So we have come in with a force, blessings we a reap and we coursing on. We na rise and boost, yeah we give down's like we need it the most, we have to give down's like we really supposed to, down cool. Blessings all for me like us, my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Cracky tune is a must, yeah. Blessings for all time and right time. Posts a toast with your friends, just because of me feels so fun. Climed, sit down in a class, come with voices. When you set the road, I'm going with the road. Third call, mister, make me try a thing. Yeah, nice. So, wie oft hat er sich gedreht? Firmen ist doch nicht drauf. Okay, woите dennли neue Leute? Kriegslagsflüge? Ja. ok 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 Schnell bevor es rutscht. Oh scheiße, das rutscht schon hebelst. Kurzen check. Oh ja, entschuldigung. Konkret. Nochmal. Ich mach es dann trocken. Scheiße. Im Regen gestickt. Willkommen zum neuen Vlog von heute an einem Sonntag. Denny und ich. Ich und Denny. Hallo. Mal sehen was es heute so geht. Wir sind hier am Devertischen Garten. Viel Scherben. Hier ist leider am Wochenende immer sehr viel los. Deswegen muss man sehr aufpassen mit den Scherben. Aber was man hier gut machen kann sind so für Sixties üben auf diese Bänke. Hier hat man einen guten Running Pre. Den würde ich mir heute auf jeden Fall auch noch gönnen. Und dann kann man hier ein bisschen was leinen. Ja. Ah. Oh je. Das kommt langsam. Ah, krass. Oh Junge, immer hier die ganzen Scheissscherben. Alter guck dir diese Scheiße an. Guck dir diese Scheiße an Alter. ja planen alkohol alkohol make people dump die rolle zu sticken und dann der 360 ja ja das problem ist halt hier nur das sehr low der war richtig schnell auch langsam kontrolliert scherben alter hat noch mehr wehgetan keine ahnung wer den macht aber ein dogo hier ist doch echt scheiße schwierig kommt nicht so einfach tatsächlich mit einem wasser drauf meine ich mit dem anderen wasser hat wird dann drauf ja so hat gerne ich war eine fuß hat er hat immer wieder her ist genau genau und er hat sich jetzt gut angefühlt ja dann können wir noch ein paar reise aber drauf ja ich komme halt echt das gefühlt so an so deep squads ok ich sehe schon der move gerade eben das wird so ein so dem ein paar mal ab wie so eigentlich am besten schon quads 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 ja kommt sie war ich denn drauf ja du warst drauf schauen wir uns das in der wiederholung an das war deine falsche entscheidung du kleiner sportsfreund oh ja gleich doch mal versuchen ja ja ok ja ja auch ja 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 Das war's für heute. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ja, da kam noch flowig. Da war auch keine große Pause dabei. Wunderschön. Demnächst mit sich. SPN OOOB Wallah, Krise! Ja, das reicht für hier erstmal. So, neuer Spot, neues Glück. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon in den Spot. Wir warten schon mal. Ja, einmal trainieren im Block. Noch einmal so separat glaube ich. Und hier wollten wir uns hier nochmal. Hier ist so ein kleiner Tech-Tech da so. Genau der. Ui! Der war aber schön. Und das ist jetzt unser Prep für den da hinten. Ich lauf da mal schnell hin. Genau. Von der Kante zu der Kante. Das sind mit meinen großen Kindersargfüßen. Ungefähr neun Füße breit. Ist ne gute Distanz. Ist jetzt nicht so, dass man es nicht schaffen würde. Man muss halt schon ein bisschen ballern. Ja, man weiß eigentlich, man schafft es. Man muss halt nur committen. Komitee. Komitee. Ist das Motto. Motiv. Naja, egal. Bis gleich. Ja, egal. Nein, 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 nein. Man. Ich hab's ja fast rübergesprungen, ich hab's auch gedacht, ich muss meine Füße untermauern Korrekt Korrekt Geil, geil Junge So, die Running Crew, ja Running Crew war das nicht wirklich, das war halt Running und Landen irgendwie, Hauptsache wenn nicht wehtun, hat funktioniert Sticken weiß ich nicht, also ich persönlich, ich mach heute keinen Stick, shame on me, aber ja, es ist sehr viel Power und wie gesagt, man kann halt immer gut hier overshooten Aber halt so Power rausnehmen ist halt immer gruselig bei so einer Sache Vielleicht am nächsten Mal und wir gucken mal noch, was wir noch so machen hier Vielleicht noch ein bisschen flowen Und dann melden wir uns gleich zurück, tschau tschau Jetzt可能 f8 Jolt zu Jetzt muss das Tha Ja, richtig Nice. You roll. Yes. Ready, sir. Oh. Nice. It's about a pit. This looks good like the Bis zum nächsten Mal.